Tach, Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick 2016. Ja, ich hab mir erst mal gedacht, ich möchte das Ganze als Vlog machen, hab mich dann aber doch dafür entschieden, es eher in einer Art Podcast zu machen, weil das Ganze wahrscheinlich etwas länger dauern wird und so dann einfach die bessere Qualität von meinem richtigen Mikro anstatt der Kamera wahrscheinlich sehr viel angenehmer ist. Und ich euch dann vielleicht noch irgendwie ein paar Bilder mit dazu klatsche oder so, keine Ahnung, aber das ist eher in einer Art Podcast gestaltet wird. So, meine Geschichte für dieses Jahr beginnt etwas früher als mit dem 1. Januar, und zwar am 23.12., einen Tag vor Weihnachten. Ja, da hat die gesamte Geschichte, die das gesamte Jahr 2016 für meinen Kanal geprägt hat, wirklich angefangen. Da sind wirklich so die Wurzeln für das gesamte Jahr. Wäre das an diesem Tag, also beziehungsweise das war der Tag der Veröffentlichung von dem Projekt, aber wäre bei diesem Projekt das nicht so, oder wäre das so nicht gekommen, wäre das komplette Jahr 2016 für mich zu, also was YouTube betrifft, zu 100% anders gewesen. Vielleicht weiß es noch der ein oder andere von euch, und zwar am 23.12. letzten Jahres, ist Reamp gestartet. Ja, Reamp war ein ziemlich, ziemlich cooles Battle-Projekt vom Domse natürlich mal wieder. Man wird auch so merken, Domse spielt generell in meinem YouTube-Verlauf eine sehr bestimmte Kernrolle, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ohne ihn wären so sehr viele unglaubliche Sachen niemals passiert. Ja, auf jeden Fall, Reamp kurz vor Weihnachten gestartet. Ich war in einem Team mit Vakem und Speric, was mich sehr, sehr gefreut hat, dass ich da mal mit Speric richtig aufnehmen konnte. Es war eine sehr, sehr coole Sache. Ihr wisst ja vielleicht, oder, naja, wahrscheinlich wisst ihr es nicht, aber ich bin ja schon von fast Anfang an dabei gewesen, Anfang 2012 bei den Domse Battles, und da war halt Speric auch von Anfang an mit dabei als Teilnehmer. Ich halt nur als Zuschauer, aber das heißt, die beiden sind für mich sehr, sehr wichtige Personen und gehören auf jeden Fall zu den Lieblings-YouTubern of all time. Also wirklich sehr, sehr coole Leute und da hat es mich halt super gefreut, dass ich damals mit Speric dann auch mal in einem Domse Battle war. Das war halt so damals Mindblow over 9000, richtig genialer Stuff. Also wirklich, das war super cool. Und ja, bevor ich damit weitermache, wie es dann alles so weiterging, einmal ein riesen, riesen, riesengroßer Dank an Topra, weil er hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt da reingekommen bin. Und ja, mit Topra hat es sich ja so verhalten, er war halt irgendwann, dadurch, dass Marcel, also Lovey Potato, Kontakt zu Domse irgendwann hatte, war er halt dann mit in den Domse Battles mit drin. Wir haben uns gut angefreundet, würde ich mal sagen, und sind es auch heute immer noch eigentlich relativ gute, bekannte Freunde, was auch immer, wie man das im Internet hier nennen möchte. Und ich bin ja sowas von dankbar dafür, dass das damals so passiert ist, dass ich in Reamp reingekommen bin durch dich, Topra. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das hat das gesamte Jahr, wie gesagt, extremst geprägt. Ja, genau. Der andere, den ich dann dadurch kennengelernt habe, war Vacuum. Mit Vacuum war das so eine Sache, wie sich das dann in dem Jahr verhalten hat. Also, ähm, zuallererst war es halt ein echt cooler Typ und so, und ich, äh, hab mich wirklich über mein Team gefreut. Äh, ja, wir haben dann halt so das Projekt gemacht. Also, Reamp war ein sehr, sehr cooles Battle-Projekt. Falls ihr, äh, das noch nie gesehen habt oder sowas, schaut vielleicht mal rein. Ihr könnt ja einfach, äh, auf meinem Kanal danach suchen oder so. Ähm, ja, war damals noch alles super schön. So, dann war Reamp irgendwann vorbei. Am 3.1. sehe ich hier gerade, genau. Ich gehe hier mal so meine Video-Timeline durch ein bisschen. Ja, ha. Und danach, äh, kam eine ziemlich lange Phase von, naja, so mehr oder weniger tollen Sachen. Also, durch Reamp, ähm, hat sich dann so erst mal die erste Hälfte des Jahres sehr krass geprägt. Und zwar durch die Bekanntschaft mit Vendetta dann. Also, daran dürftet ihr euch ja wahrscheinlich noch fast alle, äh, sehr gut erinnern. Ähm, was dann, äh, später das Jahr, äh, im Jahr vorgefallen ist. Aber jetzt reden wir erst mal chronologisch davon. Also, ich hab dann, äh, als wichtigste Person wirklich Vendetta kennengelernt. Und, ähm, war dann im Laufe der Zeit hin und wieder in ihren Streams dabei. Wir hatten sehr viel Kontakt. Wir waren damals, äh, auf einem bestimmten TS, den ich jetzt hier nicht nennen möchte und so. Aber da hat sich schon, äh, da gab's so eine schöne Community in dem Sinne mit Vendetta und Vakim. Und da sind dann halt immer mal neue Leute dazugekommen, die man kennengelernt hat oder so. Ähm, Namen, die mir jetzt einfallen. Zum Beispiel, äh, Exus oder Dustin und so weiter. Ähm, ja. Ja, das hat auf jeden Fall viel geprägt. Und, äh, Kartoffel. Hehe, ja. Ähm, aber was Videos angeht, ist halt in der Zeit, naja, ich weiß auch nicht. Ist, äh, ich seh grad, das ist, glaub ich, wieder so eine Zeit, ja, da hab ich nur so alle zwei, drei, vier Tage mal ein Video gemacht. Ähm, das war halt eine Zeit, wo dann kein Projekt mehr da war und wo ich, äh, gezwungenermaßen irgendwo was, äh, herzaubern wollte. Was halt in dem Sinne, äh, Minigames waren. Ich hab hier viel Get Down, Jump League, Rage Mode hab ich mal kurz gemacht, aber zum größten Teil halt Jump League, dann später Crazy Walls. Also immer so viele kleine Sachen, ähm, die halt nicht wirklich viel Sinn haben. Halt wie so ein Standard-Minecraft-YouTuber, ähm, was mir nicht sehr gut gefällt. Ich mein, klar, das sind alles kleine, nette Videos und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber es ist halt nicht so cool wie, ähm, andere coole Projekte oder sonst was. Also, naja, war halt so, Minigames sind bei mir immer so eine, so eine Aushilfszeit gewesen, ähm, zwischen Projekten, dass ich halt überhaupt irgendwas machen kann. Und das ist halt in Minecraft irgendwelche Minigames. Die wurden dann, ja, ich hab halt durch, durch Reamp, ähm, einen kleinen Push bekommen. Ähm, die wurden relativ okay geklickt. Ja, für damalige Verhältnisse echt geil für mich, ähm, aber ja, das ist halt, ist halt so vor sich hin gedümpelt ein bisschen, ne. Und, ja, die Zeit bis zum nächsten Projekt, in Anführungszeichen, hat dann eine ganze Weile gedauert. Und, ähm, und dann, ich seh's hier gerade mal, ja, am 16.03. war das Border. Ich hab, ich hab wirklich die ersten drei Monate von 2016 nur Minigames und gar nicht mal so viele Videos. Ja, es war echt ne, naja, komische Phase. Also, so, aber am 16.03. äh, gab's dann halt, und dann am 8, äh, nee, am 19. Warum am 19.? Drei Tage später ist das andere veröffentlicht. Auf jeden Fall gab's da, äh, das Apokalypse-Battle mit dem Welcome zusammen bei mir im Team. Wieder ein Battle-Projekt von Domse. Also, ihr seht schon wieder, wieder was von Domse. Gibt's noch mehrere Sachen in diesem Jahr. Ähm, war auch wieder eine sehr, sehr coole Sache. Hat super viel Spaß gemacht. War halt, ähm... Mit Pflanz-Mod einfach auf so einer City-Map. Ähm, ist wirklich ein sehr, sehr cooles Ding. Und, ja, das war so das nächste kleine Battle-Ding, was halt zwei, äh, zwar nur zwei Folgen war, aber es ist trotzdem quasi ein Projekt. Ja, danach ging's halt weiter, ähm, mit ganz viel Jump World und, ich weiß nicht, Jump League auch? Das werde ich jetzt sofort mal nachgucken. Ach ja. Nee, das war schon krass. Ähm, ja, genau, hier das, ähm, Jump League. Jump World. Genau. Am 28.03. ist auch nochmal ein ganz witziges Video. Mein erstes und einziges Mal Sky Wars. Ganz ehrlich, dieser Spielmodus. Nein. Nein. Ich, ich mag den nicht. Ähm, das Video war damals auch noch recht witzig. Daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, ja. Nie wieder Sky Wars. Ähm, ja. Und dann ging so generell die Phase weiter von wegen Minigames, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe mit Isaac. Oh ja, Isaac. Ganz wichtige Sache. Ähm. The Binding of Isaac Rebirth, um genau zu sein. Sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Hat die Zuschauer jetzt nicht ganz so sehr interessiert. Durchschnittliche Aufrufe für die Zeit, ganz okay. Ja, vielleicht. Ja, okay. War auch schon, ja, war auch schon besser. Vielleicht eher schlechte Aufrufe für die Zeit. Ähm. Ähm, ich hab halt so die ersten paar Folgen Isaac gemacht. Insgesamt gab's von Isaac jetzt nicht so unglaublich viel. Ich glaub, sind wir zu den 10 Parts gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Aber, ähm, ja. Da hat halt dann etwas ganz anderes Wichtiges angefangen. Und zwar ergab es sich ja so, dass ich oft bei Vendetta, wie gesagt, in den Streams war. Und Vendetta hat immer viele neue Leute angeschafft quasi oder gesucht, mit denen man was machen kann. Immer neue Bekanntschaften geknüpft und so. Und irgendwann kam halt dazu Retroid. Und, ja. Da fing dann das Jahr erst so richtig krass an. Also, ja. Da waren wir schon im April. Aber, trotzdem. Da, da geht's dann so richtig langsam krass los. Mit Retroid das erste Video Super Smash Mobs. Ähm. Ja. Damals war alles noch ein bisschen anders als heutzutage. Alles noch nicht so gut von der Qualität her. Na, obwohl. Ich find's eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin jemand, der es immer mag, wenn man einfach ganz normal man selbst ist und drauf loslamern kann. Ja. Aber es war halt schon noch was anderes damals. Auf jeden Fall Retroid kennengelernt. Auch eine super wichtige Person für das gesamte Jahr dann. Ähm. Aber dazu dann später mehr. So, ja genau. Dann, dann haben wir Isaac gemacht. Und dann kam irgendwann mal die Doom Open Beta. Genau. Dazu gab's zwei Videos auf meinem Kanal. Waren jetzt für die Zuschauer anscheinend nicht so interessant. Aber ich muss sagen, äh. Als die Open Beta da war, hab ich die doch sehr gut gezockt. War auch ein sehr cooles Ding. Äh. Hab mir dann Doom nicht gekauft. War mir einfach zu teuer. Weil ich sowieso kaum Zeit hatte dafür, das zu spielen. Aber. Ich find die Doom Open Beta Videos. Die kann man sich schon geben. Die sind halt. Ist halt ein cooles Spiel, ne? Und dann. Haha. Ja. Dann ist so. Eine weitere sehr wichtige Sache in diesem Jahr. Und zwar wieder ein Battle Projekt. Mit Domse. Aber nicht von Domse. Sondern von mir. Ja. Und von Eddie. Die Sache war damals so, ja. Äh. Der gute Eddie 184. Mhm. Ja. Ich nenn jetzt hier alle Namen. Auch wenn manche vielleicht das nicht so gut finden. Wenn sie wissen, was damals vorgefallen ist. Ähm. Ja. Eddie, der hatte damals so die Idee. Von wegen. Hey. Lass doch mal ein Paintball Battle machen. Das war so seine Idee. Alles andere. Hätte der keine Hilfe gehabt. Wär da nichts. Und niemals was draus geworden. So. Aber ich hab mich halt viel drum gekümmert auch. Und mir der Sache angenommen. Und so ist es dann halt dazu gekommen. Dass wir wirklich Minecraft Burst auf die Beine gestellt haben. Ein sehr sehr großes. Schönes Battle Projekt. Äh. Wo ich im Team mit Domse war. Und mit Mingo. Und. Äh. Ja. Mingo lassen wir mal komplett raus hier. Den. Das ist ein schwarzer Fleck in der Geschichte. Den radieren wir mal bitte aus. Ähm. Zu Mingo. Äh. Kümmert euch einfach nicht weiter drum. Ähm. Ja. Aber in Burst waren dann halt richtig viele Leute. Ähm. Die wir auch durch Vendetta kennengelernt hatten. Viele. Äh. Oder durch Eddie hier. Die Blair. Der mittlerweile durch Varonius übel durch die Decke geschossen ist. Ähm. Experian. Ich weiß nicht ob der noch was macht. Alle möglichen Leute. Ähm. Ähm. Ja genau. Und Retroid hatte sein Team mit Fireball und Zerkrome. Äh. Exus. Vendetta. Topra war auch dabei. Ach ja. Und Rasmus. Alles solche Leute die wir damals kennengelernt haben. Ähm. Ähm. Ja. Ja. So viele. So viele. Es ist schon krass. Das war halt so. Das erste von mir. Ähm. Mit auf die Beine. Oder fast von mir komplett. Naja. Eddie hat auch einiges geholfen. Aber. Ich hab halt so die meiste Arbeit gemacht. Auf die Beine gestelltes Projekt von mir quasi. Ähm. War echt cool. Das hat einiges gebracht. Auch so. Dass man halt mit Domsom mal was gemacht hat und so. Äh. Für damalige Verhältnisse. Die erste Folge. 270 Aufrufe. Genial. Alter. Das war auch richtig cool. Naja. Also das war Burst. Währenddessen lief noch ein bisschen Isaac. Und ja. Dann hat's nicht lange gedauert. Und dann begann. Das Terraria 1.3 Projekt mit Retroid. Ja. Ihr wisst ja heutzutage. Das Projekt wurde dann nie beendet. Und sieht so auch. Äh. Sieht auch so aus. Als würden wir es nicht weitermachen. Ähm. Aber vielleicht was Neues anfangen. Ähm. Ja. Terraria. The Fail Awakens. Die ersten paar Folgen. Die hab ich immer so. Äh. Nach den Star Wars Filmtiteln benannt. Hier. The Fail Awakens. A New Fail. The Fail Strikes Back. Immer so ein bisschen an Star Wars angelehnt. Weil wir haben halt. War halt auch Expert Mode. Ähm. Haben wir halt schön gefailt. Die ersten paar Parts. Aber ich muss sagen. Das Terraria Projekt. Es hat doch relativ lange gehalten. Auch wenn's nur. Wie war das? Ich glaub. Dreimal in der Woche gekommen ist. Oder so. Ich glaub so was in der Art war es auf jeden Fall. Es war zu seiner Zeit aber echt eine schöne Sache. Ähm. Und. Ja genau hier. Ganz viel Terraria. Da haben wir halt viel gemacht. Da waren meine Thumbnails noch so. Naja. Okay. Waren. Waren machbar. Aber nicht so schön. Ähm. Naja. Ähm. Ja nebenbei immer noch ein bisschen Icehack. Ein bisschen Minecraft Minigames immer. Dann. Genau. Das. Das eine Video hier. Quantastisch. Genau. Der Hashtag Quantastisch Vlog. Ähm. Am. 21.5. Oh krass. Schon fast die Mitte des Jahres. Äh. Ähm. Ja das war mal so ein. Frage Antwort Video. Ähm. Achso. Das seh ich auch grad so. Äh. Ja da ist so ein Bild von Dorian mit drin. Genau. Dorian. Auch ne ganz wichtige Person damals. Hat mir immer. Ähm. Viele Fanarts gezeichnet. Hat generell für viele von uns Fanarts gezeichnet. Ähm. War damals fester Bestandteil unserer Community. Ein sehr cooler Typ. Aber. Das hat sich mittlerweile halt auch alles ein bisschen verloren. Aber so ist das halt mit YouTube. Viele Communities und Freundschaften sind halt mal da und gehen dann wieder weg. Das passiert halt einfach. Und das ist auch eigentlich gar nicht mal so schlimm. Weil. Wenn man jetzt allem nachtrauern würde. Ist das wahrscheinlich trauriger als alles andere. Du findest halt immer neue Bekanntschaften. Andere verlieren sich. Das ist halt nun mal so. Und man sollte die Zeit zu schätzen wissen. Die man wirklich mit diesen auch verbringt. Und nicht denen hinterher heulen. Wenn irgendwann mal was verloren geht. Oder sowas. Natürlich könnte man irgendwann irgendwie irgendwie versuchen. Ein bisschen Kontakt wieder aufzunehmen. Aber das würde dann im Laufe der Zeit viel zu viel werden. Weil. Was ich alles schon für Leute kennengelernt habe. In diesen ganzen Jahren. Ist einfach. Ist einfach viel zu viel. Was sich da alles gebildet hat. Und wieder verloren hat. Naja. Auf jeden Fall. Da war mal wieder ein. So ein Vlog. Äh. Der ja für lange Zeit der einzige bleiben sollte. Äh. Aber das war so ein Frage-Antwort-Video. Ähm. Ja. Das mal so zwischendurch. Dann haben wir. Ja. Weiter Terraria. verlief ganz nett. Ähm. Doch mit einigen Aufrufen sogar. So 280. Hier 360. Warum auch immer. Ansonsten so 140. 96. 75. 63. Okay. Ist schon krass. Wie das jetzt im Nachhinein. Äh. Doch so viel geklickt wurde. Ha. Ja. Also hauptsächlich Terraria. Und ein bisschen Minigames. Eventuell mit zwischendurch damals. Und dann. Oh ja. Oh ja. Hehe. Am. 31. 5. Okay. Also fast genau die Hälfte des Jahres. Ne. Warte. Das wäre ja der 31. 6. Ne. Egal. Ähm. Aber. Am 31. 5. Wurde Highlands New World released. Und zwar. Ja. Highlands war ja. Falls ihr meinen Kanal schon länger kennt. Äh. Schon vorher ein wichtiges Projekt. Was. Äh. Äh. 2014 noch. Ähm. Lief. Ende 2014. Das allererste Highlands. Dann hatte ich einige Highlands Projekte verpasst. Und. Ähm. Highlands New World sollte dann das letzte Highlands Projekt werden. Immer natürlich im Kern dieses Projekts stand der Organisator Plasma. Auch. Ähm. Eine Person mit der ich viel zu tun hatte. Und mit Highlands New World. Habe ich dann auch ein paar neue Leute kennengelernt. Wie zum Beispiel. Ähm. Matze. Puma. Äh. Ben Fesbier. Ich will jetzt keinen vergessen. Aber. Ja. Es waren auf jeden Fall einige Leute. Ähm. Die da recht wichtig waren. Äh. Zu der Zeit. Mit Highlands New World. Haben wir dann halt so geguckt. Dass wir eine Art Roleplay Projekt dadurch aufbauen. Ähm. Generell worum es in Highlands ging und so. Das erkläre ich damals alles in dem Video. Ja. Ähm. War dann nur leider so das Problem mit Highlands. Äh. Es hat sich irgendwann einfach wieder verloren. Es gab viele Projekte. Zwischenmenschliche mal wieder. Äh. Aber. Zum Beispiel Matze. Der ist ja jetzt immer mal bei meinen Streams mit dabei als Zuschauer. Äh. Ist cool. Dass sich so ein bisschen gehalten hat. Zumindest. Auf jeden Fall. Ein cooler Typ. Ähm. Ich weiß nicht. Soll ich die Kanal-Links alle in die Beschreibung? Packen. Das wird mir ein bisschen zu anstrengend. Äh. Mal gucken. Vielleicht einreihe ich mich dran. Aber auf jeden Fall. Ansonsten Matze. Du weißt, wenn du das hörst. Auf jeden Fall. War eine coole Zeit. Vor allem mit dir auch. Ja. War. War ein schönes Projekt. Ähm. Solange wie es gelaufen ist. Zumindest. Äh. Highlands sollte jetzt übrigens, äh. Wieder neu belebt werden. Nochmal. Ähm. Werde ich nicht mitmachen. Ist einfach kein Sinn dahinter jetzt gerade. Ähm. Aber so viel dazu. Ja. Terraria lief weiter. Und dann startete Nuke 2 auch währenddessen noch. Ähm. Ja. Also das zweite, der zweite Teil eines Projektes, was Vendetta schon mal hatte. Vor einiger, einiger Zeit damals. Ähm. Ja. Also Nuke 2. Wo ich dann mit Retroid auch einiges gemacht habe. Ist quasi, äh. Feed the Beast Infinity Evolved ein Projekt gewesen. So ähnlich wie, äh. Wie das Megaprojekt damals aufgebaut. Ja. Das war auch ganz nett. Haben wir so ein bisschen das Modpack gespielt. Ähm. Hat aber auch nicht gerade lange gewährt. Ähm. Da war Topra auch dabei, ne? Ja. Topra. Coole Sache. Ähm. Hat wirklich nicht lange gehalten. Das Projekt nur ein paar Folgen. Äh. Ja. Ich sehe hier, ja. Folge 8 und so. Das ist halt echt nicht viel. Ähm. Ja. Das war halt so. Das bisschen. Oh Gott. Jetzt bin ich schon bei 20 Minuten. Holy shit. Aber naja. Dann wurden auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, äh. Zeitpunkt ungefähr. Ähm. Highlands und Nuke abgebrochen. Terraria lief immer noch weiter zum Glück. Aber Highlands und Nuke wurden abgebrochen. Und zwar dann. Für am 6. 7. War das schon. Wow. Okay. Da ist einiges an Zeit vergangen. 4. 7. Was ist denn? Ich hab im 6. Also im. Im Juni hab ich kaum was gemacht. War? Ah. Ähm. Ja. Da ging das Ganze dann halt so los mit dem Reforged Battle. Ja. Ähm. Wieder ein großes Battle Projekt von Domse. Hat mich extremst gefreut wieder. Und das ist halt so das Projekt, das wirklich das wichtigste im ganzen Jahr war. Es war halt einfach nur gigantisch. Es war so. Es war einfach nur unbeschreiblich. Und das war so cool für mich wirklich in einem richtigen Battle Projekt von Domse mitzumachen mal wieder. Also wirklich eine Classic Oldschool Battle Staffel. Das andere vorher waren ja so Special Sachen. Und oh mein Gott ey. Ich war so verdammt glücklich. Ähm. Mit Retroid da in einem Team zu sein im Reforged Battle. Äh. Zuerst noch mit einer erneuten Version vom Balkans Weapon Mod. Ähm. Ja. Der so mehr oder minder gut funktioniert hat. Aber die Idee war auf jeden Fall cool. Ähm. Ja. Währenddessen wie gesagt lief Terraria noch weiter immerhin. Und. Ja. Das Reforged Battle hat fucking ewig gedauert. Naja. Ewig nicht wirklich. Aber. Ähm. Da sind halt einige Sachen passiert. Es war richtig cool. Ach man ey. Mit Daros und so weiter. Und äh. Extrem verzockt. Ne. Und. Äh. Ein anderes Gegnerteam. Story und Vendetta. Da äh. Spielte sich dann eine Tragik ab. Und zwar. Ähm. Da. Folge 12. Verfolgungsjagd mit Booten. Ja. Hä. Das war so das Problem damals. Ähm. Ich hab halt. Im Endeffekt Story und Vendetta verfolgt. Äh. Story hab ich dann glaube ich gekillt. Ähm. Und ja. Vendetta hat da so ein bisschen Scheiße gelabert. In ihrem Video. Und schön. Äh. Provokante Einblendungen ins Video reingepackt. Und alles. Ähm. Was im Endeffekt mich als den komplett Bösen dargestellt hat. Und ja. Das war eine ewig lange Diskussion. Die dadurch entstanden ist. Auf jeden Fall wurde ich extrem gehatet und gedisliked. War eine für mich zu diesem Zeitpunkt extrem krasse Hatewelle. Äh. Der ich halt mit nix standhalten konnte. In dem Sinne. Ähm. Und. Ja. Das war halt einfach nur komplett Scheiße. Und damals hat man dann gemerkt. Äh. Die Vendetta. Die hat sich komplett behindert aufgeführt. Und. Äh. Ihre Ansichten und Argumente. Und alles waren halt einfach der komplette Müll. Und da ist dann halt mir so irgendwann klar geworden. Äh. Ich will nichts mehr mit da zu tun haben. Das ist einfach nur noch lächerlich. Was die abzieht. Und. Ja. Äh. Wie gesagt. Die Sachen sind alle schon vorbei. Das ist ja jetzt nur wieder so ein Rückblick. Äh. Ich will da jetzt auch nichts neu entfachen. Oder so ein Scheiß. Es ist ja alles geklärt gewesen. Wir sind dann im Endeffekt einfach getrennte Wege gegangen. Ist auch die beste Entscheidung gewesen. So. Äh. Damals. Wir waren ja fest in dieser einen Community zusammen. Ähm. Wo dann mittlerweile auch. Naja. Moral dazu gezählt hat. Und Blu-ray und so weiter. Alles. Naja. Also für die Leute, die es wissen. Ist das. Sind das alles noch sehr. Äh. Ähm. Ja. Wie sagt man. Nicht guter Erinnerung. Aber. Äh. Die sind gut im Kopf geblieben. So halt. Stark im Kopf geblieben. Was auch immer. Aber. Ähm. Ja gut. Für euch jetzt als YouTube-Zuschauer vielleicht gar nicht so. Äh. Präsent. Diese ganze Geschichte. Deswegen hier nochmal das erzählt so. Also es war auf jeden Fall. Naja. Ein doofer Vorfall. So. Ähm. Ja. Das Reforge Battle und Terraria liefen schön in Koexistenz weiter. War eine sehr tolle Zeit für meinen Kanal. Und das Reforge Battle immer so hohe Aufrufe. Es hat mich so unglaublich extrem gefreut. Ähm. Ja. Und guckt dir an. Währenddessen. Haben wir. Hehe. Ähm. Ein neues Burst gestartet. Zwischendurch kam bei Domse noch Burst 1.5 oder sowas glaube ich. Ähm. Das kam. Kam es bei mir auch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ne. Ich glaube nicht. Aber bei mir kam dann auf jeden Fall das richtige Burst 2. Weil Burst 1.5 das war so ein bisschen ein Fail-Projekt. Ja. Aber dann Burst 2 mit Ernst, Lustig und Domse bei mir im Team. Es hat sich viel geändert zu Burst 1. Und. Naja. Viele zwischenmenschliche Differenzen wurden endlich aus dem Weg geräumt. Viele Leute rausgeschmissen. Das ist. Naja. Ähm. Aber das Projekt selbst war auf jeden Fall wieder kurz und knapp und cool und actionreich. Also Burst war immer eine nette Sache auf jeden Fall. Auch wenn die Planung von so einem Projekt einfach nur Hörn zerreißend und extrem schwierig war. Ähm. Aber es hatte sich auf jeden Fall im Endeffekt gelohnt. Es war ein cooles Projekt. Ja. Ähm. Und dann, genau, das Reforge Battle ging weiter. Ich guck mal eben, wie lange geht's denn noch? Wie lange geht's denn noch? Hä? Da. Da, genau, da hört's auf. Ne, da ist Pause. Huh? Ach, mein Scher. Genau. Also. Das Reforge Battle verlief schön und gut bis zu einem gewissen Punkt. Und, ähm. Ja, genau, hier, da. Noch mehr Reforge Battle und Terraria. Tja. Dann irgendwann kam halt einmal eine Pause fürs Reforge Battle. Das war dann die Gamescom-Zeit. Ach ja. Schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Gab's zwar ein paar Pro- äh, bra- Brr, 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 brr. Ein paar Probleme. Äh. Was Aufnehmen anging, aber da gab's halt dann eine Pause über die Gamescom. Und in der Zeit. Ja, genau, da hab ich dann wieder ein bisschen Rocket League gebracht. Ja, da hat so wieder ein bisschen Rocket League angefangen. Da hab ich einiges an Rocket League gebracht. Ähm. Und Lucky Blocks Battle. Ähm. Ähm, das war zu der Zeit auch wieder eine richtig coole Sache. Es hat so verdammt viel Spaß gemacht. Ähm, also das war wirklich ein sehr, sehr cooles Ding. Und ja, das war halt auch wieder so ein kleines Aushilfsprojekt für zwischendurch. Aber hat's auf jeden Fall gebracht. So, ähm, dann kam zwischendurch mal eine Runde, für wie viel würdest du irgendwas, bla bla, äh, irgendwie sowas in der Art. Mit Tobra, das war auch mal ein cooles Video für zwischendurch, ja. Dann ein paar Infovideos, weiter Rocket League und sowas. Und, äh, ja, Terraria lief zu dem Zeitpunkt eigentlich noch weiter geplant. Aber da hat's dann am 19.8. aufgehört. Mit der letzten Folge, am 8. Alter, das ist schon wieder so ewig her, ne. Aber damals hat halt dann das Projekt aufgehört. Wir sind nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Es gab einige zwischenmenschliche Probleme, was mit Retroid angeht damals. Ähm, ja, da ist dann halt alles, ja, war schwierig, war schwierig. Ich krieg das auch selbst da nicht mehr alles richtig zusammen jetzt in meinem Kopf. Aber es war auf jeden Fall, es gab einige Probleme. War eine unschöne Zeit dann. Ähm, aber hat sich ja dann alles mittlerweile, was heißt mittlerweile, ist jetzt schon wieder Ewigkeiten her, ne. Aber es hat sich alles geklärt, alles zum Guten gewendet und darüber bin ich sehr, sehr froh. Also, ja, das Reforge Battle lief dann natürlich nach der Gamescom-Zeit wieder weiter. Und, haha, ja, da sind echt viele witzige Folgen zustande gekommen. Es war sehr, sehr cool, das Projekt. Und, oh mein Gott, wie ich das hier sehe. 100 Aufrufe, 800 Aufrufe, 600, 100, 600, 300, 200, 300, 500, 900, fast. Alter. Aber es war so eine geniale Zeit für meinen Kanal. Der Zuwachs war einfach nur gigantisch. Generell habe ich dieses Jahr einfach den Großteil meiner Views überhaupt gemacht und meiner Abos. Also, ich bin in diesem Jahr echt verhältnismäßig krass weitergekommen. Ähm, ja, und dann kam es halt irgendwann, dass wir, äh, äh, das, also ich, die Folge hieß bei mir, das Vermächtnis erfüllt. Und, äh, ja, wir haben dann das Team Domse AnyArt, äh, ausgeschaltet. Und das war so der Höhepunkt des gesamten Projekts, diese paar Folgen. Es war super, super spannend. Ein genialer Kampf, mehrere geniale Kämpfe. Alter. Das, das war dann halt so für mich, holy fuck. Ich habe Domse getötet. Das war halt damals noch so, ähm, diese, äh, Sache mit von wegen der Overlord. Das war immer so ein kleiner Insider von den vorherigen Battles. Immer so Domse der Overlord, der ständig gewinnt und so und der alle fertig gemacht hat. Ähm, und ich hab ihn dann halt besiegt. Ich hab das Vermächtnis erfüllt von, äh, Topra und Marcel und von Speric und Dörlit, die ja alle, ähm, große Teile waren von Domse Battle-Projekten in den letzten Jahren. Auch wieder und halt Speric und Dörlit sowieso von Anfang an. Zwar nicht immer dabei gewesen, aber wirklich sehr wichtige Personen dafür. Ähm, und auch sehr coole Leute. Ja, das, das habe ich halt so damals gemeint mit von wegen Vermächtnis erfüllt. Das war, das war wirklich eine krasse Sache für mich halt auch emotional. Nicht nur einfach so wegen vom Battle selbst, sondern wirklich so dieses Overall-Gefühl, äh, davon. Das war halt einfach nur großartig. Das war wirklich so die schönste Zeit des gesamten Jahres, muss ich sagen, was, äh, YouTube-Videos angeht, Projekte. Also, das Reforged Battle und dann dieser Höhepunkt davon war einfach nur genial. Es war einfach nur wow. Wow, es, das, 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 ich, das kann man nicht beschreiben. Das war für mich wirklich extrem krass. Ähm, ja. Dann gab es wieder eine kleine Pause vom Reforged Battle. Da gab es dann so ein paar Probleme mit Domse auch, ne? Ähm. Äh, dass der Server dann nicht lief und so, naja, ne? Äh, da gab es ein paar Aushilfsvideos wieder zwischendurch mit Jump League. Ähm. Ähm, ja, da hat man das schon so gesehen. Oh, die Views gehen wieder runter, waren zwar noch für damalige Verhältnisse. Also, für damalige Verhältnisse, scheiße, tatsächlich. Für heutige Verhältnisse, ultimativ geil. Hier, 177 Aufrufe, ein Video, alter, holy shit. Das würde ich mir heute krass wünschen, das wäre schon cool. Ja, dann ging auf jeden Fall das Reforged Battle noch weiter. Rocket League Rumble ist rausgekommen. Stimmt, das Rumble-Update, das war wichtig. Ähm. Das hat, äh, nicht so viel Anklang gefunden wie Minecraft. Auf meinem Kanal, natürlich. Äh, aber, für mich war es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Äh, ja, so, das Reforged Battle ging und so weiter. Man hat gekämpft und gemacht und dies und das. Ähm, und, ja, äh, irgendwann war es dann halt vorbei, ne? Wir haben im Endeffekt das Reforged Battle gewonnen und das war dann halt so der zweite ultimative Mindblow überhaupt. Ähm, das, das war wirklich krass. Dass wir dann wirklich ein Domse Battle, das erste wirkliche Domse Battle von uns, so richtig Bams und das dann auch noch gewonnen. Und, äh, es war einfach unbeschreiblich cool und sowas. Also, es, es ist, was da alles passiert ist, ist einfach nur, äh, unbeschreiblich. Es, äh, ist wow. Aber, ja, dann, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen und, ja, dann ging die Zeit so los. Äh, ja, schon nachdem Dom so raus war, natürlich, sind die Views gedroppt. Keiner hat sich mehr so wirklich dafür interessiert. Ja, die letzten Parts hatten nochmal okayer Aufrufe von so 200, 400. Ja, aber für damalige Verhalten ist er echt schon nicht mehr gut. Ja, dann hab ich ein bisschen, ja, versucht mit Minigames das alles wieder aufzufassen. Ein bisschen die Leute dabei zu halten, aber ist halt nicht geglückt. Dann sind die Aufrufe runter auf, äh, in Richtung 50, 60, so langsam. Und, ja, Rocket League Rumble war zu der Zeit noch ganz geil, okay. Dann, ja, Skyfall, genau, der neue Modus auf Mineplex war das, ne. Äh, das war ein ganz cooles Ding, Skyfall, ähm, und da hab ich dann, genau, jetzt, jetzt muss ich mal kurz einen Break machen von wegen Videos und ein bisschen wieder ins Zwischenmenschliche gehen. Und zwar, äh, gehen wir mal kurz zurück. Und zwar hab ich ja so richtig, ähm, durch das Reforge Battle Dom kennengelernt, also Anyart, ähm, der jetzt für den Rest des Jahres auch eine extremst wichtige Person da tatsächlich geworden ist. Ähm, ja, und durch diese ganze Community, in die ich dann in letzter Zeit reingerutscht bin, tatsächlich, ähm, ist halt einiges nochmal passiert und so. Ich bin halt dann damals, äh, durch, äh, durch diese ganzen Sachen bin ich dann halt auf Space irgendwie gekommen. Wie genau das jetzt war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall Space, ähm, der ja, äh, damals noch ein paar hundert Abonnenten hatte und dann sich irgendwann mit den Streams bis ins Unermessliche fast gepusht hatte. Ähm, ja, das ist auch ne Tragödie, würde ich jetzt es mal nennen. Also, da gab's ja einige Auseinandersetzungen zwischen Space und Dom und Flo und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich würde mich sehr gern aus dieser ganzen Geschichte ein bisschen raushalten. Ich sag einfach nichts weiter dazu. Ähm, und ja. Ja, auf jeden Fall da so mal ein Video mit Space. Äh, war für mich zu der Zeit auch ne coole Sache. So, dann hier. Das Rocket League Case Crate Opening. Case oder Crate? Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man's jetzt genau nennt. Case Opening wie bei CSGO oder Crate. Ähm, aber dafür, dazu wird vielleicht in nächster Zeit auch nochmal was kommen. Ist, da hätt ich Bock drauf generell mehr auf Rocket League. Na, muss ich mal gucken. Genau, aber da kam dann halt so Skyfall und Rumble. Rocket League Rumble. So, dann hab ich mir gedacht, oh, ey, ich brauch mal wieder ein Projekt jetzt, ja? Irgendwas Cooles. Und dann hab ich mir gedacht, so, fuck auf, ich mach jetzt was, wo ich selbst Spaß dran hab, wie sonst was, was cool ist. Und zwar Attack at Skyblock. Ja, da hab ich Attack at Skyblock gestartet. Und das war halt auch ein schönes Projekt. War dann so das einzige Projekt für ne lange, lange Zeit. Aufrufemäßig. Naja, war's halt nicht so schön. Ähm, ging immer weiter runter. Der, äh, Push vom Reforged Battle nahm komplett ab. So, ja, Attack at Skyblock hab ich dann natürlich, ähm, extrem viel vorproduziert, auch für die zwei Wochen Urlaub, ähm, in den USA. Die Kreuzfahrt, ach ja, das war schön. Ähm, hab ich halt das Projekt vorproduziert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich würd's auch gerne irgendwann vielleicht mal weiterführen. Vielleicht kommt's irgendwann mal wieder dazu. Ähm, ja, und dann halt die ganzen Urlaubs-Vlogs. Äh, ja, einige davon ohne richtiges Thumbnail, weil ich keine Zeit dazu hatte. Es war auf jeden Fall auch ne hektische Zeit zum Teil. Aber, die Vlogs waren voll geil. Also, das hat mir mega Spaß gemacht. Und, euch ja auch relativ. Also, das ging dann wieder ein bisschen hoch mit dem Aufrufen da. Wahrscheinlich, weil's halt Real-Life-Videos sind, ne? Und dann so, oh, Real-Life, da gucken wir mal rein, so, ne? Aber, der Urlaub war einfach nur extrem krass. So viele Eindrücke, so viel passiert. Kann man sich auf jeden Fall nochmal geben, falls man's nicht gesehen hat. Wirklich krasses Ding. Ähm, ja, genau. Tag at Skyblock ging so lange weiter für die Übergangszeit Urlaub. Danach, nach dem Urlaub kamen dann halt so langsam die ganzen Vlogs auch on noch. Ähm, ja. Dann noch ein bisschen Rocket League. Okay, dann nochmal einmal eine Folge Lucky Blocks Battle, die nur ich hochgeladen hab und alle anderen haben's verkackt. Ja, und dann sind wir angelangt in der Neuzeit. Wir sind, hä hä, wir sind Anfang November. Und da ist dann halt Road to Etheria gestartet. Mein Lieblingsprojekt, was die ganze Zeit noch läuft. Und, ja, das Dungeon Defenders 2 Update in Terraria Crossover Update. Bams, bams, bams. Das war so genial. Mein erster Versuch wieder, weil ich halt damals gesehen hatte so, ey, eigentlich, Terraria-Projekte sind bei mir immer ganz gut gelaufen. Mach ich's doch einfach wieder. Ja, und es war eine sowas von verdammt richtige Entscheidung. Es war so cool. Ha, oh man, ey. Wirklich, das ist ja jetzt so Neuzeit. Das dürftet ihr ja alle wissen, was da jetzt passiert ist und so. Da brauch ich ja nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Und das Witzige ist, da sind wir jetzt noch auf Seite 5 von meinen Video-Uploads. Das heißt, jetzt, so die letzten zwei Monate, da ist so viel, ich hab so viel gemacht, so viel hochgeladen, das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur super, äh, super geil. So, dann hab ich halt da genau, äh, das Projekt gemacht. Dann halt, als das Update rausgekommen ist, richtig viel dazu. Viele meiner Erfolg, äh, oder auch mein erfolgreichstes Video überhaupt mit, äh, 2500 Aufrufen. Immerhin ist jetzt vielleicht nicht viel, aber für meine Verhältnisse extrem. Ähm, ja, die Waffen-Reviews und so. Sehr, sehr cooles Ding, auf jeden Fall. Äh, Terraria hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann, währenddessen, ein bisschen nach Terraria, ist quasi Bloody Beach gestartet. Wieder ein Battle-Projekt organisiert von Domse. Mal wieder. Also Domse wirklich die Kernrolle im gesamten Jahr für alle möglichen Sachen, äh, die mir viel, viel, viel gebracht haben. Und Bloody Beach 2, wirklich wieder die, die Reinkarnation quasi von damals Bloody Beach mit ganz vielen großen anderen Leuten. Diesmal quasi im etwas kleineren Rahmen, äh, was die Abo-Anzahl angeht, von den Teilnehmern. Aber trotzdem ein extrem cooles Projekt mit Shack zusammen. Und, ja, da war ich dann halt so wirklich komplett drin, in dieser neuen Community von mir quasi jetzt, also nicht von mir, aber wo ich halt jetzt ein kleiner Teil von geworden bin, so ein bisschen, wo ich sehr froh drüber bin, so jetzt die ganzen Leute von, äh, die alle so von Dom ausgehen, weißt du? Flo, Shack, ähm, vorher noch Space, was ja jetzt leider nicht mehr so ist, ähm, und, ja, Lori und so weiter, Niki Boy, und die ganzen Leute jetzt hier so, ähm, ja, also jetzt so die neueren Sachen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, alles super, super coole Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe, und ich hoffe, da wird noch, äh, irgendwie eine lange Zeit was bleiben davon, also, das ist echt, ich bin echt zufrieden damit, wie das jetzt ist. Echt eine coole Sache. Bloody Beach selbst, ihr wisst's ja, äh, noch nähere Vergangenheit, wie es alles verlaufen ist, äh, muss ich jetzt nicht weiter viel zu sagen, war auf jeden Fall ein echt, echt krasses Projekt, ja. Und dann, ähm, ging's weiter, 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 immer weiter mit Bloody Beach und Terraria, und dann halt, jetzt zum Dezember, den Vlog Adventskalender. Das war so ein Projekt, wo ich dann wirklich gesagt hab, Bams, das zieh ich durch, und das war auch eine sehr coole und gute Entscheidung von mir. Ähm, war ein sehr tolles Projekt, ich werd natürlich weitermachen mit Vlogs, immer so ein bisschen selten, ähm, naja, ja, seltener als jeden Tag, auf jeden Fall, aber vielleicht irgendwie mal ein bisschen zwischendurch. Ja, wisst ihr ja, wie das verlaufen ist, war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Projekt, auch jetzt von mir. Ähm, viele Tage davon halt geprägt, von Krankheit und nicht so coolen Sachen, aber, ähm, ansonsten, nichts weiter Schlimmes, ähm, naja, war halt viel Cooles dabei. Und, ja, ich muss echt sagen, es ist, es war eine sehr coole Zeit jetzt hier. Jeden Tag drei Videos, wo das mit Bloody Beach, Terraria und dem Vlogs war. Dann jetzt hier, ähm, äh, UHC in der neuesten Zeit, ähm, weiter die Vlogs, die ja jetzt mittlerweile aufgehört haben, aber so der Dezember war durchzogen von drei Videos pro Tag. Das war echt ne coole Sache. So, und jetzt dann halt in der allerneuesten, nächsten Vergangenheit, ähm, ja, habe ich das Livestreaming endlich für mich entdeckt. Also, hätte ich auch schon vorher gerne gemacht, aber jetzt mit meinem neuen Internet. Und, ja, da sind wir in der Gegenwart angelangt. Das war so das Jahr 2016, das wichtigste Jahr für meinen Kanal definitiv bisher. Ich hoffe mal, 2017 wird noch geiler, ähm, damit ich mich immer weiter steigern kann. Ähm, aber das war so erst mal 2016 von der Sicht meines Kanals aus. So, jetzt sind wir schon bei fucking 40 Minuten. Ja, ich habe ja gesagt, der Jahresrückblick wird lange und wir sind noch längst nicht am Ende, weil das war jetzt erst, wie gesagt, von meinen Videos und Projekten. Jetzt kommt noch so ein Teil, äh, was ich generell außerhalb von nur meinem Kanal für krasse Sachen erlebt habe. So, das Gute ist jetzt, äh, in dem Video, beziehungsweise in dem Podcast, merkt man davon nichts so, aber, äh, diesen Teil nehme ich jetzt, äh, schon über einen Tag später auf, äh, weil es mir einfach ziemlich lange gedauert hat, äh, hatte und ich dann keine Zeit mehr hatte, äh, nach dem ersten Teil. Ich würde mal sagen, Leute, die bis hierher gehört haben, könnten vielleicht mal einen Kommentar schreiben von, ähm, ich habe bis hierher gehört. Hashtag, ich habe bis hierher gehört. Ja, ich bin mal wieder einfallsreich, wie sonst was, ne? Einfach mal, um so zu gucken, ob irgendwer sich das Gesamte gibt und, ähm, auch nicht so durch Zufall drauf stößt, weil er bis zum Ende gespult hat oder so ein Zeug. Äh, das ist ja vielleicht mal ganz witzig. Haha. So, jetzt wollte ich ja, äh, weitermachen mit anderen Sachen, die dieses Jahr für mich noch wichtig waren oder die mir, äh, aufgefallen sind oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, wird dieser Teil jetzt hier nicht so chronologisch sein und, äh, ich werde einfach, äh, äh, frei rumreden, was mir gerade so einfällt. Ähm, es sind einige Sachen passiert, zum Beispiel, was andere Kanäle auf YouTube angeht, ähm, äh, genau, fangen wir so an. Also, ähm, es ist ja jetzt genauso wie letztes Jahr, äh, mit Tube Clash. Dieses Jahr Tube Clash, äh, 3 Final Clash, letztes Jahr Tube Clash 2, was ja auch die ersten 5 Folgen noch letztes Jahr und dann die letzten 5 Folgen in 2016 gekommen sind. So, äh, von Tube Clash 2 ausgehend, ähm, habe ich persönlich Rezo entdeckt für mich. Ähm, ja, der hatte damals einen Cover von diesem, äh, also vom Intro Lied gemacht und, ja, war dann auch noch bei Mr. Trash Pack, irgendwann mal Kanal der Woche, äh, und, ja, der ist dieses Jahr extremst viral gegangen, also, der hatte ja vorher noch gar nicht so lange YouTube gemacht und, ähm, ist einfach komplett auch durch die Decke gegangen. Also Rezo dann auch später mit dem Everyday Saturday, äh, Parodie-Video oder sowas, alles Mögliche, was der auch gemacht hat. Super cooler Typ auf jeden Fall und, ja, der war, denke ich mal, für YouTube dieses Jahr auch, ähm, ja, relativ prägend. Also, okay, natürlich nicht für alle, aber für einen großen Teil wirklich. Das ist so ein Typ, den, den kennt man mittlerweile schon. So, ähm, andere Sachen wären zum Beispiel, genau, Zeo. Zeo ist dieses Jahr auch nochmal, äh, richtig heftig, gewachsen, also hat wirklich einen großen, großen Teil seiner Zuschauer dazu gewonnen. Ähm, ja, Zeo kannte ich schon vorher und war auch schon immer, immer, immer ein richtig, richtig cooler Kanal und, äh, macht super Videos auch mit, äh, zählt mit zu den Besten auf ganz YouTube Deutschland zur Zeit, definitiv, und auch das gesamte Jahr. Ähm, ähm, ja, der hat ja jetzt auch seinen dritten Spielfilm, war es dieses Jahr, glaube ich, äh, veröffentlicht. Ich habe den zweiten damals auch schon gesehen, den, ähm, da bin ich 2015, glaube ich, auf ihn gestoßen, auch durch Mr. Trashpack. Der Kerl, der, der macht halt schon einiges, der Trashy, der, äh, äh, durch den stößt man auf vieles. Ist ganz geil eigentlich. Ähm, ja, also wirklich, die Spielfilme von Zeo, echt geniale Dinger, sind es auf jeden Fall unbedingt wert anzuschauen, also, was da für Arbeit drin steckt und was das halt wirklich für gute, professionelle Filme mit einer Super-Story sind, wirklich, also, sollte man unbedingt gesehen haben. Ähm, genau, dann so, ähm, ein weiterer, der vor allem in der zweiten Hälfte von 2016 extremst wichtig war, womöglich der wichtigste YouTube-Deutschland überhaupt und zwar der Haider. Äh, ganz einfach, ähm, ich kannte ihn ja schon seit, äh, ich weiß nicht, ich kannte ihn auf jeden Fall schon zu Friendly Fire 1 letztes Jahr, 2015. Davor hatte ich auch schon mal, glaube ich, so ein bisschen was von ihm gehört, aber nicht so richtig so, ne? Und dann, ähm, die Zeit, als er wirklich so die zweite Hälfte 2016 ungefähr, ähm, wirklich viral gegangen ist, äh, hab ich halt auch wieder, ähm, oder zum ersten Mal angefangen, ihn wirklich aktiv zu schauen und, alter Vater, definitiv für mich der Kanal des Jahres. ist, also, mittlerweile so hart viral gegangen, dass er sogar CEO überholt hat, der eigentlich deutlich vor ihm lag, aber wirklich so die beiden Haider und CEO, das sind so mit wirklich die besten Kanäle YouTube-Deutschlands zur Zeit, meiner Meinung nach. natürlich gibt's auch noch Leute wie Julian Bam und so weiter, aber wirklich was, was, ähm, Originalität angeht, äh, was Neuheit angeht, was, ähm, Humor angeht, was, äh, Kritik angeht, alles sowas, sind wirklich so, CEO und, ähm, der Haider wirklich, wirklich die, ähm, oder mit die besten Kanäle 2016. Ähm, ja, der Haider, da muss man nichts weiter zu sagen, ich glaub, den kennt jeder, also, einfach nur, wow, was der da für eine Arbeit reinsteckt, was der, was der für einen genialen Humor hat, was der einfach, ach man ey, es ist, es ist wirklich ein super cooler Typ, super coole Videos, auf jeden Fall 100% verdient seinen Erfolg, ähm, einfach nur, genial. Ähm, ja, was ist noch so passiert auf YouTube, ja, es ist, ähm, ja, das Niveau hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht, was die größten YouTuber so angeht, ähm, äh, ja, angefangen, also, vorher war es ja so, äh, wann waren das so, 2014, 15 war es ja noch so, da waren die Beauty-YouTuber noch so, die komplett verrufene Szene, die, äh, einfach nur so, ey, Junge, das sind doch voll die Spasten und so, und was, was sind das eigentlich für sinnlose Videos, und die verkaufen doch nur alle ihre Produkte und nehmen ihre ganzen Kleinkinder, äh, Zuschauer aus und so, das war so, damals noch, der unterste, äh, die, die unterste Schublade von YouTube, ähm, ähm, ja, 2016 hat er nochmal ganz andere Maßstäbe gesetzt, also, äh, äh, was dann abging mit Leuten wie, äh, ach, diesen ganzen, äh, Gang-Tour-Wichsern, ähm, was weiß ich, Apurett, Simon Desu, Leon Machère, äh, diese ganzen Kacklappen, von denen ich die Namen nicht weiß, ähm, ja, ja, ihr wisst ja selbst, angefangen mit Pranks, ähm, und, ja, bis hin zu SD-Karten, äh, Diebstählen, und so weiter und so fort, auf den Teil muss ich, glaube ich, nicht eingehen, da gibt's tausende Kanäle, die da wirklich genug drüber geredet haben, und, ja, aber, also, was die Szene angeht, echt, der tiefste Tiefpunkt, den YouTube Deutschland bisher gesehen hatte, ich hoffe, dass das, naja, obwohl, es ist eigentlich, eigentlich ist es mir scheißegal, ob's besser wird, ich mein, im Endeffekt hat man was, um sich drüber aufzuregen, es ist, ähm, äh, wie Hand of Blood jetzt schon letztens gesagt hat, in, äh, seinem, wie hieß das Video nochmal, äh, irgendwie was mit Hate und Kritik, irgendwas mit dem Unterschied, sowas, ähm, ja, es regt wirklich, ähm, auch, auch an, dass drüber gesprochen wird, und dass, äh, diese Missstände aufgeklärt werden, und, dass wirklich, die Leute, die vernünftig sind, auch sich mehr zusammenfinden, und, äh, generell, dadurch, dass es halt so viele Idioten gibt, dass es dadurch auch, aktiv mehr Leute gibt, die korrekt sind, äh, und sich dagegen, ähm, einsetzen, und wirklich, äh, das richtige Predigen, sage ich jetzt mal, was auch immer, sowas in der Art, ne, ähm, dass es davon wirklich, äh, jetzt viele, viele Leute gibt, wie halt auch zum Beispiel der Haider, ne, oder auch ein ganz krasser Kanal, den ich tatsächlich auch durch den Haider kennengelernt habe, jetzt, äh, relativ am Ende dieses, äh, dieses Jahres, und zwar Ultralativ, also, ein noch recht kleiner Kanal, der aber tatsächlich, zur Zeit stark im Wachsen ist, wirklich höchst professionelle Videos, mit einer super Meinung drin, ähm, Ultralativ, könnt ihr mal eingeben, ist ein sehr, sehr toller Kanal, der sich auch so, in solchen Sachen annimmt, ähm, ja, wo war ich genau, wenn ich gerade schon bei Hand of Blood war, ähm, ja, Hand of Blood war für mich dieses Jahr auch, eine relativ wichtige Person, ähm, vor allem mehr in der ersten Hälfte, ähm, äh, zum einen gab es dann natürlich, das Spandauer Inferno, wirklich eine der witzigsten Serien dieses Jahr, unglaublich, also, also, was dieses Jahr alles produziert wurde, von den verschiedensten Leuten, es, es war einfach qualitativer, auch ein Hochpunkt von vielen, also, auf der einen Seite der Tiefpunkt, von diesen ganzen Pranks, äh, Spacken, genau, Spacken, und auf der anderen Seite, von den ganzen coolen Leuten, wirklich, ein Höhepunkt, schlechthin, dieses Jahr, ähm, ja, Spandauer Inferno, diese ganzen Sachen, einfach großartige Videos, da braucht man nichts zu sagen, unglaublich witzig, das ist einfach nur, boah, also wirklich, Hand of Blood für solche Sachen, genial, auch was er jetzt so in der zweiten Hälfte, sich, ähm, wie er sich gewandelt hat, äh, im Sinne von, nicht mehr so die Standard Let's Plays, sondern, äh, mehr coolere Videos, und aufwendigere Videos, finde ich, ist eine gute Sache, auch wenn ich ein bisschen, den, äh, Standard Let's Plays nachtrauere, weil ich gerne ein Verfechter von dieser Szene bin, weil ich denke, dass es auch eine coole Sache immer noch ist, und man, äh, durch sowas, durch Standard Let's Plays, wirklich, seine Person selbst am besten rüberbringen kann, dass man die beste Zuschauerbindung überhaupt hat, dass man generell, äh, die schönsten, ähm, Momente teilen kann, dass man, ach, ich, ich mag einfach das Standard Let's Play, ähm, wo Gronkh damals, vor vielen Jahren, und auch immer noch jetzt, heutzutage, mit gutem Beispiel vorangegangen ist, also, wirklich auch solche Standard Minecraft Let's Plays, wenn der Mensch, der dahinter steht, wirklich, einfach interessant ist, und gut ist, und was auch immer, dann, dann ist das Ganze wirklich was Gutes, und auf gar keinen Fall Verwerfliches, also, dass so viele sich den Standard Let's Plays abwenden, ist verständlich, man hat nach so vielen Jahren Lust auf was Neues, natürlich, aber, nichtsdestotrotz würde ich solche Sachen nie im Leben verteufeln, sie sind immer noch großartige, ähm, Projekt-Sachen, also, es, ja, ist auf jeden Fall immer noch so, und, ähm, genau worauf ich hinaus wollte, ich hab ja, äh, vor allem in der ersten Hälfte dieses Jahres, sehr, sehr viel bei Hand of Blood geguckt, was angeht Risen und Risen 2, Risen 3 hat er ja dann leider doch nicht mehr gemacht, das war dann so genau, mit Ende von Risen 2, äh, der Break zu seinem neuen Stil, ähm, weil er dann da selbst keinen Bock mehr drauf hatte, hat er aber selbst ein bisschen verkackt, meiner Meinung nach, er hat sich selbst, das ist ein bisschen zu, äh, schlecht geredet, und, ähm, naja, selbst die Lust verloren, also, ja, aber die, generell, ich bin ja ein riesen, riesengroßer Fan von allen Piranha Bytes-Spielen, Gothic, Risen, und jetzt nächstes Jahr, Elex, äh, es ist, ich bin so gehypt auf Elex, ne, das ist so geil, also generell die Piranha Bytes-Spiele, wirklich, wirklich, tolle Sachen, werden von vielen, vielen Leuten echt verteufelt, auch, ähm, gehasst und gehatet bis zum geht nicht mehr, jedes Mal seit, seit ich, seit Risen 2 wirklich, kann ich mich dran erinnern, jedes scheiß Piranha Bytes-Spiel, also nicht scheiß im Sinne von, ja, ihr wisst schon, jedes Piranha Bytes-Spiel, gehasst bis zum geht nicht mehr, von wegen, diese Animationen sind doch voll outdated, und die Grafik ist nicht so geil, wie sie sein könnte heutzutage, und, was nicht alles, und, was sie alles zu, ähm, zu bemängeln haben, und im Endeffekt, diese ganzen Leute, die immer wieder auf Piranha Bytes rumhacken, das sind alles einfach nur Dumme, die sind einfach dumm, das ist ganz ehrlich, ähm, weil wenn man sich mal anguckt, die Leute, die wirklich diese Spiele zu schätzen wissen, die, äh, wie zum Beispiel ich auch, die lieben sie einfach abgöttisch, und das ist einfach die Wahrheit, das ist einfach, einfach genial, ich hab mir, letztens nochmal, ich konnte leider damals, als Stronger Risen 3, Let's Played hat, konnte ich mir das, äh, nicht komplett an, äh, äh, reinziehen, aus Zeitgründen, ich hab mir aber letztens nochmal, die letzte Folge, Risen 3 angeguckt, und was er da sagt, ist wirklich so treffend, es war wirklich so ein wunderschönes Spiel, hundertprozentig positiv, hat er davon geredet, ähm, muss ich komplett zustimmen, außer das Ende, aber, die Piranha Bytes Spiele, wirklich, wirklich wichtig, und mit Elex nächstes Jahr, eine komplett neue Saga, wird aufgebaut, äh, ein komplett neues Genre, was so noch nie, also eine Vermischung von Genres, die so noch nie da gewesen ist, postapokalyptisches Science Fantasy, das, es kann einfach nur geil werden, viele werden sagen so wieder, boah, die Grafik ist gar nicht so geil, wie sie heutzutage sein könnte, boah, die Animationen sind scheiße, und bla bla bla, Leute, mich juckt es nicht, die Spiele sind trotzdem geil, es gibt, vor allem die Sprecher sind oft richtig geil, in diesen Spielen, die Story, die Leute können einfach Story schreiben, in Piranha Bytes, die können einfach gute Quests schreiben, die können, äh, eine schöne Spielwelt machen, ich weiß das, die können das, und sie haben das auch oft genug bewiesen, und, äh, egal was andere Leute da sagen, es ist auf jeden Fall, da kann mich keiner von der Meinung abbringen, ich hab selbst durchlebt, und bin selbst noch dabei, gerade zu durchleben mit Gothic, also jetzt, ich hab mich grad, hauptsächlich auf Risen bezogen, aber Gothic ist halt, äh, fast noch besser tatsächlich, was, was Story und so weiter angeht, und Immersion, und, ach, es ist, ich, ich könnte noch ewig über Piranha Bytes Spiele reden, sind einfach wunderbar, ähm, und, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus, genau, auf jeden Fall hab ich da, auf Hand by Hand of Blood, äh, dieses Jahr, viel von geguckt, also alles davon, und hat mir trotzdem sehr schön gefallen, bis auf das Ende dann, im Endeffekt, ja, und, ähm, genau, genau, stimmt, das wollte ich sagen, ich hab, äh, dieses Jahr, am Anfang dieses Jahres, hab ich's endlich geschafft, mal, äh, Risen 1 zu Ende zu spielen, Risen 2 komplett durchzuspielen, und Risen 3 komplett zu spielen, da alles in der ersten Hälfte des Jahres, endlich hab ich mal die Zeit dazu gefunden gehabt, ach, das war schön, das hat mich dieses Jahr auch, ähm, sehr gut begleitet, ähm, vor Risen 1 noch, ähm, hatte ich, das, ja, das war noch so die Phase, Dezember 2015, Dragon Age Orange, äh, pfff, Orange, Alter, Dragon Age Orange, Dragon Age Origins, auch ein großartiges Rollenspiel, ähm, das hatte ich auch, letztes Jahr, am Ende, und Anfang 2016, hart gesuchtet, auch ein großartiges Spiel, aber das nur am Rande, ähm, so, eine Sache, die ich noch erzählen wollte, ähm, die zu dem Strang gehört, von den ganzen Scheiß-Youtubern, ähm, dadurch hat auch Mimi dieses Jahr extrem geglänzt, also, äh, was der für Videos dieses Jahr rausgehauen hat, und alle zerfickt hat, bis zum Tode, war schon nice, ähm, war auf jeden Fall, äh, auch krass, äh, dieses Jahr, dieser Kanal Mimi, also wirklich, wow, und dann halt diese ganzen Geschichten, mit gestohlenen SD-Karten, und so weiter und so fort, und generell, dieses Jahr wurde hundertprozentig aufgedeckt, was, diese ganzen YouTuber da, äh, für komplette Idioten sind, das ist einfach, naja, wie gesagt, da muss ich nicht mehr großartig viel zu drüber erzählen, das wisst ihr wahrscheinlich alles schon, und, äh, da haben auch viele, viele Leute genug drüber geredet, oh Mann, ey, ich merke so währenddessen, wirklich, dieses gesamte drauf loslabern, das macht mir echt Spaß, es ist, echt schön mal hier so über alles zu reden, was dieses Jahr passiert ist, ähm, ich gucke gerade so meine Abo-Liste durch, was dieses Jahr noch nennenswert war, ähm, zum Beispiel Peter Hollands, genau, Peter Hollands, den habe ich schon mal in, ähm, in einem Vlog angesprochen, ist auch ein super toller Kanal, also der hat dieses Jahr auch super geniale Sachen rausgehauen, wirklich, also nur noch mal nebenbei erwähnt, ein echt geiler Kanal, wirklich, das ist, der macht die, der hat meiner Meinung nach die beste Stimme auf ganz YouTube, ist der beste Sänger überhaupt, also, wirklich, wirklich toll, was der da alles gemacht hat, auch mit den ganzen Kooperationen, und so weiter und so fort, ach, es ist einfach, es ist einfach wow, ähm, was, was gibt's noch, hm, über wen könnte ich noch reden, ähm, ja, wichtig dieses Jahr, ja, ich könnte vielleicht noch mal ein bisschen über Dom reden, also, über AnyArt, der hat mich, äh, jetzt am Ende dieses Jahres auch noch mal, echt, ähm, naja, man kann nicht sagen inspiriert, weil ich hab ja dann, äh, zu Zeiten von Bloody Beach nicht großartig viel umgesetzt, aber, ähm, Dom so mit seinen Sachen, mit seinen aufwendig geschnittenen Videos und so, also AnyArt, ähm, wirklich, also jetzt so im letzten Teil des Jahres ein, ein super Kanal, also, ähm, ich bin jetzt wirklich seit, seit der Zeit nach dem Reforged Battle, bin ich, äh, komplett Fan von ihm geworden, und, äh, eigentlich auch, ja, relativ guter Bekannter mittlerweile, ja, ähm, und ja, wirklich, also, äh, jetzt Varro von ihm war einfach unglaublich spannend, jede Folge, es war so toll gemacht von ihm, er hat das so gut hingekriegt, also, wirklich, wirklich Props an ihn, also, das, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, jetzt hier, ähm, im Zuge dessen auch, hab ich ja Nestflo kennengelernt, Nestflo auch nochmal ein super cooler Typ, ähm, bei ihm schau ich aktiv, ähm, das Arena Battle, und, äh, Minecraft Wonderland, jetzt auch, im Dezember, ist ja das Projekt von, Herr Bergmann, da ist er ja auch drin, das ist eine coole, coole Sache, macht da super schönes Roleplay, und halt im Pokémon Arena Battle, wie schön er es immer ausspricht, ey, ist einfach, ist einfach geil zuzuschauen, auch wenn ich selbst gar kein Pokémon Fan bin, in dem Sinne, Pokémon kann man sich immer mal geben, und so, also, ist halt echt ein cooler Kanal, auch der, ähm, alleine von der Person selbst her, super gut unterhalten kann, also, das ist wirklich auch so ein geborener Let's Player, der kann, der, der kann das wirklich, also, richtig, richtig coole Videos, ähm, ja, wen gibt's noch, ja, die Space Frogs, genau, die Space Frogs, Space Radio, ganz wichtig, auch dieses Jahr hab ich, ähm, ich glaub's war dieses Jahr, dass ich sie wirklich, äh, extremst aktiv geguckt habe, oder angefangen habe, ja, also, das ist auch ein super toller Kanal, Mensch, ich kann so viele Kanäle nennen, die einfach dieses Jahr toll waren, ähm, Klüm hat kurz und knapp gegründet, jetzt auch vor kurzer Zeit noch, ähm, Klüm immer noch ein cooler, cooler Typ, ähm, ähm, ja, der ja in der, ja, mehr so in Richtung Craft Attack Community, Novus, was weiß ich alles, falls man ihn nicht kennt, ne, also, von Klüm bin ich auch schon seit, äh, bin ich ein langjähriger Fan, äh, konnte jetzt, oder generell, hab nie die Zeit gefunden, von ihm aktiv was zu gucken, aber, bei kurz und knapp, ähm, stellt er halt jetzt, äh, auf seinem neuen Kanal, immer so ein paar technische Sachen vor, oder je nachdem, was es ist, er hat mal jetzt schon ein Video gemacht, über, äh, Reisen zum Mars, über iPhone irgendwas, bla, Apple Watches und so weiter, alles mögliche im technischen Bereich, coole Sache auf jeden Fall, was er da jetzt macht, äh, ein weiterer nennenswerter Kanal ist auf jeden Fall, Timo Wolken, ja, der, äh, gute alte Freund vom Peter, von Pete's Meet, ähm, der jetzt seinen Kanal gestartet hat, ein SPD-Politiker, der jetzt im Europaparlament, äh, ist und den Leuten Politik nahe bringen möchte, auch den jungen Leuten gerade auf YouTube und das, finde ich, macht er echt extrem gut und, äh, da wird man doch nochmal ein bisschen interessierter in Politik durch ihn, auf jeden Fall, sehr schön, der einzige YouTuber, der tatsächlich sinnvolle Videos auf YouTube macht und, äh, hab ich gerade YouTuber oder Politiker gesagt? Ich war, ach, egal, auf jeden Fall, der krass, äh, ist ein krasser Politiker, krasser YouTuber, cooler Typ, auf jeden Fall, ähm, macht schöne Videos, die auch sehr informativ, so, wer war noch nennenswert dieses Jahr? Dr. Freud, der Kanal Dr. Freud mit, äh, 1080 Nerdscope, also, LeFloid, äh, Rob, Babo, war's, glaube ich, na, so hieß er doch, ne, der Kanal von ihm, ähm, und, äh, äh, hier, Dingsbums, na, nicht, äh, äh, nicht behind, der auch, aber, äh, ja, na, wie hieß er denn nochmal? Jetzt fällt er mir nicht ein, der Name. Jetzt muss ich auf den Kanal klicken, um nachzusehen. Äh, die haben den hier gar nicht verlinkt. Mann. Was für Leute. Hier, da, wo ist er denn? Mann. Ach man, jetzt fällt mir, na halt der Dritte vom Bunde hier. Ähm, ach man, ich will den scheiß Namen, da will mir jetzt einfallen. Frodo, natürlich Frodo. Klar, Frodo. Naja, also halt die Leute von, äh, 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 von, 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 von Dr. Freud. Ähm, der Kanal ist dieses Jahr auch extrem cool gewesen. Generell die Großteil, äh, äh, ja, ja, der Großteil von 1080 Nerdscope war ja dieses Jahr auch ein super geniales Format. Also wirklich hochwertig produziert. Und jetzt die letzte Folge, diese Musical-Folge, die ist ja auch recht viral gegangen. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Großartig. Was die damit geschaffen haben, ist, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur, es gibt so viele gute Kanäle dieses Jahr, die so hochwertigen Stuff gemacht haben. Ist einfach super cool. Ähm, auch nennenswert. Auf jeden Fall Alexi Beksi. Auch, auch so ein Beispiel von ultimativ hochwertigen Videos, supergeilem Humor und allem drum und dran. Wirklich tolle Sachen. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch weiter sagen soll. Ähm, ja, Willen gibt es Stimmen noch so. Äh, ja, Zander. Über Zander könnte ich nochmal ein bisschen reden. Ja, von Zander, äh, ist ja dieses Jahr, ähm, hatte ich ja nicht so viel gehört, weil ich selbst war früher von ihm ja ein extremst aktiver Zuschauer. Äh, Der Gute kennt mich eigentlich auch relativ gut. Wir haben uns ja damals auch auf der Gamescom 2015 getroffen und so weiter und so fort. Ich hab nebenbei manchmal immer noch mal so, alle paar Monate schreibe ich vielleicht mal mit ihm, äh, kurz ein bisschen was. Ähm, auch wenn ich in seiner Community nicht mehr so aktiv bin, hab ich immer so ein bisschen mitgekriegt, Mensch, der hat echt, äh, super toll was geschaffen. Also, seine Community wirklich die beste von allen, muss man sagen. Also, was er sich da geschaffen hat, ist echt so viele nette Leute, so toll, also, wirklich, wirklich, wirklich geil. Kann man nur empfehlen. Ähm, ja, was, was gibt's denn jetzt noch? Jetzt hab ich über lauter wichtige YouTube-Kanäle geredet. Ähm, und ansonsten, ähm, man merkt auf jeden Fall, äh, ich bin sehr YouTube-fokussiert und, äh, so real life. An real life hab ich noch gar nicht gedacht. Das liegt einfach auch dran, dass in meinem real life nichts Sinnvolles, beziehungsweise Wichtiges, äh, Interessantes passiert. Ich geh halt in ne Schule, mach da halt so mein Ding, ja, und das war's. Da gibt's nichts Wichtiges tatsächlich zu erzählen vom real life. Äh, wenn ich so drüber nachdenke, ja, Schule, Schule, das war's. Passiert dann noch irgendwas Sinnvolles, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass Schule sinnvoll ist, nur ein bisschen ein Teil davon, aber, ansonsten, fällt mir zu real life nichts weiter ein, außer der Urlaub. Ja, habt ihr ja alles mitgekriegt auf meinem Kanal, der Amerika-Urlaub. Ähm, ja, extra für den Urlaub hab ich mir tatsächlich den Laptop besorgt, äh, und es hat sich gelohnt, tatsächlich. jetzt so zu Hause benutze ich ihn kaum, sehr, sehr selten, aber, so ein Laptop, deswegen hab ich auch nur einen relativ günstigen, 400 Euro ist eigentlich echt nicht teuer für ein Laptop. Ja, ähm, aber, ja, den hab ich mir auf jeden Fall gekauft, und wie gesagt, der Urlaub, der Urlaub war wirklich auch ein krasses Erlebnis dieses Jahr, auch so ein, das war wirklich so ein Erlebnis fürs Leben, also einmal endlich in New York zu sein, einmal, äh, Karibik und so weiter und so fort, Miami, Bahamas, die Bahamas sind übrigens voll scheiße, sind halt warm, ja okay, Strand, ja okay, aber das ist mir da alles nicht so ganz koscher, also, die Leute, die da sind, ne, also, ne, ist, ist okay, da einmal gewesen zu sein, muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal hin, ist, ja, wo war ich denn noch auf der Reise, äh, Norfolk und so halt die ganzen Amerika-Sachen, ähm, Washington, ja, also es war wirklich so Sachen, die man im Leben einmal gesehen haben sollte, vielleicht, echt cool, und vor allem New York hat halt alles weggefickt, war halt so eine krasse Erfahrung, das, boah, ist halt, wow, ist wirklich, wirklich krass, da mal selbst gewesen zu sein, das alles gesehen zu haben, ist einfach nur, man sieht es ja in meinen Vlogs, es ist einfach nur, genial, und halt immer mit der AIDA fahren, äh, also wirklich Kreuzfahrten, wirklich tolle Sachen, also, ich bin ja schon, aufgrund dessen, dass mein Vater ja bei AIDA arbeitet, ähm, in meinem Leben schon extremst oft, äh, äh, also ausschließlich Kreuzfahrten auf der AIDA, und halt schon extremst oft, äh, im Vergleich zu anderen Leuten wahrscheinlich, ähm, ne Kreuzfahrt gemacht, immer wieder genial, immer wieder toll, immer wieder ein super Gefühl, immer wieder schön, es ist, wirklich, wenn man, wenn man Urlaub machen möchte, dann sowas, ist schon echt, hat schon Style, ist schon echt geil, hört sich gereimt, ne, aber, wirklich, AIDA, immer wieder, super toll, ich würde niemals, ich würde tatsächlich niemals, eine andere, äh, äh, Schiffs, ähm, Flotte nehmen, vielleicht mal, ja, vielleicht schon, aber halt, AIDA ist halt Main, und AIDA ist Beste, also wirklich, auch was, wie die das alles machen, Entertainment mäßig, und generell alles, ach, ich find's einfach super, ich, das hat alles, was ich möchte, das ist super schön, ähm, ähm, also, da kenn ich auch wirklich, nix besseres tatsächlich, und ich hab ja so gehört, ähm, auf der Reise, so von wegen diese, äh, diese große, ähm, amerikanische Flotte hier, Carnival, wobei, AIDA ist ja auch nur eine Unterflotte von Carnival, im Endeffekt, ne, Carnival Cruises, ähm, aber die Carnival Schiffe selbst, sollen ziemlich, ziemlich scheiße sein, ziemlich, äh, unterer Standard, hab ich so von den, Leuten da in Amerika gehört, ähm, also, beziehungsweise von einem Tourguide, war es glaube ich, der das so erzählt hat, ist ja, dass die Carnival Schiffe mehr so, mäh sind, ähm, Disney Schiffe hab ich auch oft gesehen, auf der Reise, ja, es ist halt dann so, für Familien mit kleinen Kindern, bestimmt eine super Sache, aber ansonsten, hm, keine Ahnung, ähm, was ging denn außer, außer dem Urlaub, ging sonst noch irgendwas, real life mäßig ab, ich war dieses Jahr nicht auf der Gamescom, nächstes Jahr, halt nur Samstag, direkt an meinem Geburtstag, das ist ganz witzig, aber ansonsten, real life, irgendwas, eigentlich nicht, eigentlich, kann ich da, nichts weiter zu erzählen, nee, ähm, was war denn dieses Jahr noch so wichtig, ähm, ach, mal überlegen, ich hab, ja, an, an Equipment, außer dem Laptop, hab ich auch nichts weiter Neues, außer den Controller jetzt, am Ende, der Controller, den hab ich übrigens jetzt, der hat sich sowas von gelohnt, ne, den hab ich echt viel schon benutzt, und der war echt, der ist ein super Controller, so einfach Xbox One, tolles Ding, ähm, was könnte man noch erzählen, genau, hab ich kurz gesagt, schon erwähnt, bei den wichtigen Kanälen, ich weiß gar nicht, aber, ja, das ist Standard, ne, super genialer Kanal, super krass, alles, so wie ich bei den anderen halt auch schon gesagt hab, ne, und halt jetzt mit meinem, Human-Error-Kalender, den Vlog, den ihr hoffentlich gestern gesehen habt, ähm, ja, super, also da sag ich eigentlich schon alles, ist wirklich tolles Ding, also, ein Kunststück, äh, Kunstwerk von, von Zeichnungen, und, und generell, ach, ich, der sieht einfach genial aus, und kurz gesagt, ist einfach ein genialer Kanal, was, was willst du dazu sagen, es ist einfach nur, großartig, was die machen, es ist, ich, wirklich, wie gesagt, ich hab's jetzt schon so oft hier erwähnt, dieses Jahr so viele, also nicht nur dieses Jahr, auch schon vorher, aber dieses Jahr nochmal extrem viel krasser, so viele hochwertige Kanäle, so viel krasser Shit passiert, boah, jetzt ist mir gerade eine Sache noch in den Kopf gekommen, Pokémon Go, genau, Pokémon Go war ja dieses Jahr auch so ein krasser Hype, und ich konnte nie spielen, weil, wegen Windows Phone, ne, ist alles scheiße, ne, aber Pokémon Go war ja ein echt krasser Hype, ähm, es wird ja auch weiterentwickelt, aber, juckt jetzt mittlerweile keinen mehr, die haben verkackt, die haben echt verkackt, aber naja, ähm, worauf ich hinaus wollte bei Pokémon Go ist, ich hab mich gerade so, instant an PewDiePie erinnert, der hat ja da auch geile Videos zugemacht mit, äh, äh, Beast Hunter 64, und dann, oh, der hat so witzige Videos zum Teil zu Pokémon Go gemacht, generell, ich hab dieses Jahr, das erste Mal auch aktiv PewDiePie für ne ganz lange Zeit geschaut, jetzt mittlerweile schon wieder nicht mehr, aber PewDiePie macht auch echt gute Videos, vielleicht nicht die hochqualitativsten, aber echt extrem witzige, ist auf jeden Fall, auch, ziemlich nice, was der da zum Teil gemacht hat, ähm, ja, und ansonsten, was, was ist noch passiert, was ist noch passiert, also über meinen Kanal selbst hab ich ja genug gesprochen, ähm, ich guck nochmal nach, was ist ansonsten passiert, ja, ich hab halt viele Leute kennengelernt, ich will jetzt, gar nicht alle, äh, erwähnen, ich hab ja viele schon erwähnt, bei, dem Rückblick auf meinen Kanal, im ersten Teil dieses Podcasts, äh, ne erwähnenswerte Person ist vielleicht noch Tim, Timsen, früher bekannt als Timcast, ähm, und er hat ja, äh, gar nicht so viel gemacht dieses Jahr, immer mal wieder recht unregelmäßig, aber, doch, ganz schön, ja, das was er macht, ist immer wieder extrem nice, also, ähm, seine Vlogs, er ist halt, einer der Vlog-Könige von YouTube, muss man ehrlich sagen, auch wenn er halt echt, ähm, naja, nicht bekannt ist, also hier, man sieht's gerade, ich seh's gerade, die Videos immer so bei die, 100 Aufrufe plus minus, ja, da sind auch mal Aufrufe mit nur, äh, Videos mit nur 60 Aufrufen, dann mal Videos mit 150, oder knappen 200, aber, ähm, ist schade, dafür, dass der sich so eine krasse Mühe gibt, aber er hat ja selbst gesagt, er macht das mehr zum Üben, zum Lernen, für seine Freunde, und das ist eigentlich, ne, ne coole Herangehensweise, und es, es lohnt sich auf jeden Fall, für die Leute, die es sehen, äh, es ist auch echt ne super Sache, also, er macht so geile, hochwertige Videos auch, es, Vlogs auch, also, das ist, ist schon echt ne tolle, tolle Sache, ja, ähm, ja, es ist generell, es ist viel passiert, auch im, äh, Bereich dieser großen YouTuber, ähm, also jetzt, jetzt bin ich schon mal weggeswitcht von Timsen, aber, ähm, generell, so viele Projekte, Novus, was war noch, ach, alles mögliche, was ich gar nicht mehr verfolgt habe, weiß, mich nicht mehr interessiert, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, generell, ich habe nicht mehr die Zeit dazu, diese ganzen großen Projekte zu gucken, ich habe dieses Jahr extrem wenig Spark geguckt, bei Spark of Phoenix, also, war ich früher auch immer super aktiv, beziehungsweise, ja, aktiv in Videos schauen, als Zuschauer direkt aktiv war ich gar nicht mal so, aber, ja, da, das sind alles nur noch so Projekte, die mittlerweile, ist das für mich überhaupt nicht mehr reizvoll, und da, da kam halt dann wieder Anyard, also Dom, wieder so als, als ein Lichtblick dafür, mit wirklich den, äh, geilsten Videos zu solchen Projekten, dadurch habe ich nur Varro 4 wieder geguckt, ähm, also wirklich, was der da rausgeholt hat, holy shit, und auch Titan 3 war es, ne, äh, das konnte ich leider nicht gucken, aufgrund von meinem Urlaub dann halt, ne, aber, ähm, und nachholen ist halt auch immer schwierig, dass, Beanspruch halt viel mehr Zeit, als ich überhaupt habe, aber das war so der einzige Lichtblick, was, große Minecraft Projekte angeht, ähm, Legend Awakening, genau, sehe ich gerade auch hier, ähm, das ist ja, eine krasse Sache, könnt ihr euch mal drüber informieren, falls ihr wollt, falls ihr es nicht wisst, was es ist, Legend, geht wieder los, ist schon echt krass, was die da auf die Beine gestellt haben, mittlerweile, einfach, WoW in Minecraft quasi, ein eigenes, MMO, äh, MMORPG in Minecraft, holy shit, wow, ist wirklich krass, also dazu will ich jetzt nichts weiter sagen, aber ist auch mal, gern, äh, gut erwähnbar am Rande, über was kann ich noch reden, Friendly Fire, sehe ich hier gerade, Friendly Fire, ja, ja, Friendly Fire war auch wieder ein Erlebnis, äh, was wirklich unvergesslich ist, und das ist, wie einfach diese paar Leute da, also, Pete Smith, Gronkh, Pandoria, Haider, Funk Royale, und Mouri, also, Mr. Moore, wie die da, äh, einfach diese zwölf Stunden immer im Spenden-Stream verbringen, es ist, es ist einfach eine tolle Sache, was die da machen, es ist einfach super cool, dieses Feeling generell, dieses LAN-Feeling, und dann mit den Spenden, und für guten Zweck, und alles, ach, es ist einfach eine tolle Sache, Friendly Fire, immer wieder schön, Friendly Fire 3 nächstes Jahr, wird einfach auch wieder, wahrscheinlich wieder mal alles sprengen, wie jedes Jahr, ähm, das ist echt eine coole, coole Sache, ähm, ja, und ansonsten, ich werde mal hier einen kurzen Kack machen, und ein bisschen nachdenken, ob mir noch was einfällt, ich glaube tatsächlich, ich habe alles Wichtige, Sinnvolle zusammengefasst, es gibt natürlich noch ein paar Sachen im Sinne, von privaten Dingen, also mit ein paar Freunden und so, also, ähm, ja, könnte ich ja mal erwähnen, zum Beispiel, mit Marie und Franzi noch sowas, hat man ja vielleicht mal in meinen Streams, im Chat gesehen, mal kurz, ähm, ähm, aber das ist eigentlich, ja, das hat eigentlich nicht so viel mit dem Kanal zu tun, also, auch nichts mit YouTube, also, ich weiß nicht, das macht auch keinen Sinn, da jetzt großartig noch weiter drüber zu erzählen, es ist extrem viel abgelaufen, äh, privat, natürlich mit diesen ganzen YouTube-Bekanntschaften, viel mit Redroid, ähm, und mit anderen Leuten, viele Leute, äh, habe ich kennengelernt, und so weiter und so fort, aber halt alle Sachen, die ich jetzt nicht nochmal extra erwähnen muss, weil sonst vergesse ich halt wieder irgendwen, auf jeden Fall, ähm, war ein tolles Jahr, ähm, ja, das war so wirklich alles, was, für, ja, was hier wichtig war, dieses Kanal, äh, dieses Jahr für diesen Kanal, und generell, was YouTube betrifft, und was Gaming betrifft, und was, ja, genau, ja, ich könnte, wir hätten natürlich noch drüber erzählen können, was noch alles für coole Spiele rausgekommen sind, was ich mir gerne für Videos angeguckt habe, äh, was Gaming angeht, und so weiter und so fort, aber, das macht eigentlich gar keinen so großartigen Sinn, also, ich habe alles Wichtige erzählt, tatsächlich, und da ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich sowieso keiner sich das hier komplett anhört, äh, ähm, ja, denke ich mal, würde ich sagen, reicht es doch tatsächlich für diesen Jahresrückblick, es war auf jeden Fall, nochmal zusammenfassend, ein, extrem krasses, geiles Jahr, es war richtig, richtig cool, ähm, ja, viele fanden ja 2016 extremst beschissen, ja, ja, Terror und so und so, aber, ja, darüber brauche ich erst gar nicht anfangen zu reden, das ist eine ganz andere Geschichte, die hat ja mit überhaupt nichts zu tun, äh, ich, es sei nur gesagt, Leute, Scheiß auf Terror, Scheiß auf Einschüchterung, lebt einfach euer Leben weiter, alles ist gut, alles ist safe, es kann immer und überall ein Terroranschlag passieren, ob da nun Flüchtlinge sind oder nicht, völlig egal, es kann immer irgendwas passieren, es kann genauso gut passieren, dass ihr einfach über irgendeinen Scheiß Stein oder sonst was auf der Straße stolpert, und euch das fucking Genick bricht, es, äh, es kann alles passieren, wenn, wenn Mitte bissel Glück oder Pech, also, von daher, Leute, lasst euch nicht einschüchtern, was, äh, dieses, dieses Thema angeht und so, lebt einfach euer Leben weiter, und alles ist safe und gut, man kann sowieso nichts dagegen machen, Menschen sind halt Menschen, da passieren halt Scheißsachen, es passieren aber auch lauter gute Sachen, also, nicht pessimistisch dran gehen und sagen, boah, ist alles so scheiße, Buhu, nein, das Leben ist geil, und das Leben ist es wert zu leben, so, das nochmal, äh, meine Worte zum Thema, äh, Flüchtlingskrise und Terror und IS und sowas, ne, ähm, das war ja, generell, in der öffentlichen Welt, sehr wichtig, dieses Jahr, dieses Thema, aber da wollte ich jetzt nicht weiter großartig drauf eingehen, ah, ansonsten generell, ne, ich wollte eigentlich nicht über solche öffentlichen Sachen noch, das hat ja hiermit nichts zu tun, wollte ich nicht drüber reden, gut, bevor ich mich jetzt hier noch endlos verhaspel, würde ich mal sagen, wir haben eine Stunde, 20 Minuten, also 80 Minuten insgesamt, haben wir jetzt hier einen schönen Jahresrückblick-Podcast gehabt, ja, ich muss sagen, nächstes Jahr wird das bestimmt wieder passieren, ich freue mich drauf, generell mal wieder so meine Seele rauszuplaudern, über alle möglichen Sachen, ist eine tolle Sache, ach man, ich liebe Podcasts, da erfährt man generell mehr über Menschen und so, auch im Petecast, Petecast ist ganz wichtig, ähm, ich mag Podcasts, ja, okay, gut, aber wie gesagt, ich würde dann jetzt mal sagen, ganz abschließend, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann ich, wie immer, ne, und dann, auf ein schönes Jahr 2017, bis zum nächsten Mal, ciao, Leute! Awww.